So, hallo! Heute zeige ich euch, wie ich aus diesen Teilen einen Anreißmessschieber baue, der jedoch nicht anreißt, sondern mit einem Bleistift markiert. Das wird ein recht kleines Teil. Die ganzen Sachen, das sind so Reststücke, das passt jetzt auch alles nicht so hundertprozentig, aber das reicht jetzt völlig aus. Das wird dann irgendwie so zusammen gemacht, dass man hier vorne so einen Anschlag hat. Da wird ein Bleistift durchkommen. Dann kann man das hier rausfahren und dann so Linien markieren. Ich finde das immer praktischer, als direkt ins Holz anzureißen. Daher ist das jetzt meine Bauweise. Anfangen werde ich damit, dass ich mir hier erstmal so eine Bezugskante mache, dass ich weiß, das Holzstück gehört genauso zusammen. Das markiere ich mir dann auch mit dem Bleistift. Und jetzt habe ich diese zwei Markierungen. Einmal da und einmal dort. Und so weiß ich halt, dass das so platziert werden muss. Dann setze ich mir diese beiden Stücke auf die Kante, dass das hier schön bündig ist, und markiere mir die Dicke von diesem Holzstück. Das mache ich am besten mit so einem Teil, zumindest die eine Kante. Jetzt habe ich hier schon mal genau die Breite von dem Stück, dass der Schieber wird. Okay, und das muss jetzt irgendwie ausgeschnitten werden. Als nächstes messe ich jetzt erstmal hier die Breite von meiner Leiste. Das Ganze ist 5,5 Millimeter breit. Das heißt, ich werde das Ganze so machen, dass das eine relativ tief versenkt wird und bei dem anderen nicht so tief, weil das im Grunde dann hier mit einer Flügelschraube befestigt, der Andrücker ist, um das Ganze festzustellen. Mache! 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 So schaut das Teil jetzt aus. Das Ding passt da gut rein, das ist ein bisschen schwer, aber ich werde es am Ende dann nochmal irgendwie mit Wachs oder so behandeln und dann müsste das hier eigentlich schön durchflutschen. Der Deckel wird das Ganze zusammendrücken, ich werde aber in dem Deckel ein bisschen was rausnehmen, also zumindest so die erste Schicht. Jetzt ist es so, dass wenn das festgespannt wird, das auch sich nicht mehr verschieben lässt. Wenn ich los mache, dann kann man es wieder schieben. Genau das wollte ich auch haben. Dazu mache ich jetzt erstmal eine Bohrung in dieses Teil, genau mittig von einem Durchmesser des Bleistiftes. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die Mitte finde von so einem Teil, wo ich ungefähr eine Bohrung am Ende brauche von so einem Stab, dann nehme ich meinen Winkel, halte hier die 45 Grad genau auf die Ecke, das Ganze andersherum und da habe ich jetzt den Mittelpunkt von dem Brett in der Leiste. Ich habe das jetzt doch anders entschieden, ich werde das jetzt doch nicht mit Flügelmuttern rein machen, sondern einfach mit einer Schraube festmachen, sodass es schön fest ist. Und wenn ich ein Maß brauche, dann schlage ich mir das hier einfach so mit dem Hammer raus oder rein. das reicht mir völlig aus für meine Zwecke. Es geht auch sehr stramm, ich glaube das reicht sogar für meine Verwendungszwecke. Jetzt kommen wir zu dem Bleistift, den werde ich jetzt natürlich anders anspitzen müssen, weil der viel zu lang ist von der Spitze her und genau das mache ich jetzt mal. So, das war es eigentlich auch schon. Jetzt schauen wir uns das Ganze kurz nochmal in Action an. Also hier ist der Anschlag. Da kann ich mir schön die Linien ziehen. Ich kann es auch verstellen. Ein einfaches, nettes Teil, schnell gebaut und total hilfreich. Ich finde es halt immer besser, das Ganze auch mit Bleistift zu machen, weil ich finde, wenn man so ein Holz anreißt, vielleicht, ich mag es irgendwie nicht, das direkt ins Holz einzureißen. Es ist manchmal sicherlich auch mal ganz sinnvoll, das zu tun. Aber ich habe schon immer nach einer Lösung gesucht, das mit einem Bleistift zu machen und damit hier fahre ich ziemlich gut. Ihr da? Ihr geht das?